Hallo, mein Name ist Manuel Blechschmidt. Ich bin Geschäftsführer der Ancetogy GmbH und in diesem Video möchte ich gerne einen technischen Einblick in die DGCPS-App-Lösung für COVID-19-Impfzertifikate vom Infi und der Ancetogy GmbH geben. Man sieht hier das GitHub-Repository, wo wir im Open-Source-Stil unsere Software entwickeln. Wir können sowohl in der RU wie auch in der PU laufen. Das haben wir auch schon getestet. Die RU und die PU sind Telematik-Infrastruktur-Systeme. Es ist so, dass wenn man auf digitaler Inf-Nachweis im GitHub geht, und zwar hier, dann findet man dort einige Repositories, an die man sich halten kann. Und wenn man hier auf die SMCB-Off geht, dann sieht man hier unten, welche Umgebungen man für den IDP verwenden muss. Und wenn man in den Anhang vom Vertrag mit der PD GmbH, also mit dem Berater des öffentlichen Dienstes, guckt, dann sieht man dort auch die verschiedenen URLs, die man verwenden muss. In unserer Software ist das auch hinterlegt. Wenn man jetzt unsere Software benutzen möchte, dann ist das relativ einfach. Und zwar man klickt hier oben auf Code, kopiert sich die URL und dann geht man in einen Ordner, in den man rein möchte. Und dann gibt man einfach git clone ein und pastet das. Das geht dann recht zügig. Und was man dann machen kann, ist, man kann einfach in diesen Ordner reingehen und gibt hier ein mvn-quarkus-doppelpunkt-dev. Quarkus ist das, da fehlt ein R. Quarkus ist unser Framework, was wir verwenden. Das ist die Evolution von Java, IE, Jakarta, IE, Quarkus. Und das bringt sehr viele moderne Technologien mit. Man kann aber sein altes nochmal verwenden. Und wenn das jetzt funktioniert hat, dann kann ich auf Port 8080 gehen. Das heißt, ich drücke jetzt einfach Steuerung und klicke hier auf den Link drauf. Und bin dann sofort in dem entsprechenden Formular, wo ich Zertifikate erstellen kann. Wir haben auch eine REST-API, da kann ich nachher nochmal die Open-API-YAML-Datei zeigen, damit man sieht, wie man das anspricht. Genau, ich kann jetzt einfach mal hier meine verschiedenen Daten eingeben. Geburtstag, ich bin am 16.07.1986 geboren. Medizinische Einrichtung, hier würde typischerweise die BSNR, also die Betriebsstättennummer vom Arzt reinkommen. Und dann kann ich hier unten den entsprechenden Impfstoff auswählen. Ich nehme jetzt mal Biontech-Pfizer, das Impfdatum setze ich auf heute. Und wir haben auch Möglichkeiten, dieses Formular vorauszufüllen. Dann müsst ihr einfach mal einen Quellcode gucken, dann seht ihr das. Dann nehme ich hier die erste Nummer. Und wenn ich jetzt auf Zertifikat erstellen drücke, dann wird im Hintergrund ein Open-ID-Dance mit dem IDP ausgeführt. Und da würde ich jetzt gleich auch nochmal ein paar Details dazu zeigen, wie das funktioniert. Und hier kriege ich jetzt mein entsprechendes Zertifikat, wo ich sehe, dass es hier sich um Demo handelt. Und das würde halt auch mit echtem Zertifikat funktionieren. Haben wir auch heute schon ausprobiert. Wir können bestätigen, dass die RKI-Systeme laufen. Ich würde sagen, ich habe einen kleinen Fehler an meinem Geburtstag, aber den werde ich wahrscheinlich einfach falsch eingegeben haben. So, jetzt ein bisschen Technik dazu. Und zwar, ich mache jetzt unser Quarkus hier mal wieder aus und gehe mal hier in Visual Studio Code rein und erzähle ein bisschen was, wie unsere Lösung funktioniert. Aktuell ist die Hauptkonfiguration in der Application.properties. Da arbeiten wir aktuell auch dran, um einfach sicherzustellen, dass diese Konfiguration ein bisschen dynamischer wird. Die ist auch zwischen RU-Umgebung und PU-Umgebung ist sie auch unterschiedlich. Und wer sich auch gerade gefragt hat, warum hat das bei mir gerade geklappt? Ich bin hier mit dem RU-Netzwerk verbunden. Also ich habe ein VPN zu einer Einrichtung, die mir dann einen RU-Connector zur Verfügung stellt. Und hier seht ihr zum Beispiel auch, dass die 10.0.0.98, das ist ein Connector. Also ich kann euch kurz mal zeigen, das ist jetzt ein Seconet-Connector. Einfach nur, damit ihr mal kurz seht, wo der ist. Und zwar hier, das wäre hier das Backend vom Seconet-Connector. So müsste das auch bei euch aussehen, wenn das gelät. Hier ist er. Und auf der normalen Oberfläche, wenn ihr da Connector.sds eingebt, dann würdet ihr hier auch die entsprechenden Services finden, die dort auf dem Seconet-Connector zur Verfügung stehen. Ich habe jetzt hier ein Zertifikat, was ich für meine lokale Umgebung brauche. Und hier seht ihr auch, wir haben einen PTV-4-Connector und die ganzen verschiedenen Services stehen hier zur Verfügung. Die brauchen wir halt auch teilweise. Dann, was man typischerweise als erstes macht und was sicherlich für die meisten Leute einfach sehr interessant ist. Wir haben hier einen IDP-Client-Test. Und dieser IDP-Client-Test, den kann man einzeln laufen lassen. Und wenn ich hier auf Run Test drauf drücke, dann sehe ich unten in der Konsole einen kompletten Trace von einem jetzt hoffentlich erfolgreichen Lauf, wie sich unser System ein IDP-Token holt. Da ich das aber jetzt schon drei, vier, fünf Mal getestet habe, würde mich das wundern, wenn das nicht funktioniert. Also was hier technisch passiert ist, dass wir gehen zu dem Connector und uns dann Service. Ich lasse es kurz mal durchlaufen. Und dann würde ich da einfach nochmal auf die einzelnen Dinge eingehen. Genau, also es war jetzt mal erfolgreich. Und zwar hier ist der Access-Token, hier ist der Token. Das ist das, was man haben möchte. Das ist das, was wirklich schwierig ist. Und jetzt würde ich nochmal Schritt für Schritt durchgehen, wie das unten funktioniert und oben nochmal die entsprechenden Teile im Code zeigen. Und zwar, also wir fahren erstmal das Quarko-System hoch. Das Quarko-System sagt dann einfach, hier ist das Formular. Und wir haben volles Logging aktiviert. Also das volle Logging kommt aus zwei Bereichen. Es gibt einmal hier oben die System-Properties. Die sorgen dafür, dass man die Web-Service-Calls sehen kann. Also das, was unten blau ist, das sind diese Einträge hier. Und dann gibt es hier nochmal die Logging-Properties. Und da können wir nochmal reingucken. Hier im Testbereich. Und hier sieht man, dass wir als Framework für HTTP-Requests verwenden wir den HTTP-Client von Apache. Ich glaube, die heißt HTTP-Components. Und hiermit können wir den auf volles Logging stellen. Und damit sehen wir eine ganze Menge. Genau, jetzt gucken wir auch mal kurz durch. Also was wir hier machen, hier sehen wir, dass wir zu uberge connecten. ap.ro.impfnachweis.info Und wenn wir hier in das Login reingehen, und zwar hier, genau, hier ist die Base-URL. Also in dieser Base-URL müsste hier der CN drin sein. Genau, also das hier, das hier steht hier drinnen. Und hinten dran kommt nochmal ein Discovery-Document. Genau, das Discovery-Document ist einfach da. Ja, wir verwenden das, und zwar das ist hier, und das kann ich euch mal kurz beim Browser zeigen. Und zwar, wenn ich hier oben den hier nehme und dann das Discovery-Dokument eingebe. So, und dann gehen wir hier oben auf. Genau, da unten ist es auch schon. Hier ist die Autofahrvollständigung. Genau, hier ist das Discovery-Document. Und hier kriegt ihr die ganzen verschiedenen Informationen, die man so brauchen kann, um mit diesem IDP zu reden. Und hier sind die verschiedenen URLs. Da ist es, achso, ja genau, also das sind sozusagen hier, der scheint noch einen zweiten Namen zu haben, der dann entsprechend aufgelöst wird. Ich kann gleich mal gucken, das interessiert mich jetzt mal. Und zwar, was da das System zu sagt, was das da, was das aber irgendwie für eine IP-Adresse hat. NS-Lookup, dann schauen wir mal. Paste. Ich will ja auch momentan sagen, der ist einfach nicht gut konfiguriert. Ah, genau, okay. Also das hier ist sozusagen dann nachher das System. id.35.demo.youberge.com Der funktioniert aber auch ganz normal so, wie der EU-Impfnachweis. Und da kriegen wir auch ein Token her. So, gut, dann geht es weiter im Code. Wir gehen jetzt hier sozusagen in Init. Da würden wir die Client-ID reinpacken. Client-ID ist wichtig. Und zwar, Client-ID wird hier konfiguriert. Und das ist eine große Fehlerquelle. Also die Client-ID ist sowohl auf dem Live-System, wie auch auf den, sowohl in der EU, wie auch in der PU, ist die User-Access-Ti. Das müsst ihr als Client-ID verwenden. Sonst geht es nicht. Genau, dann gucken wir mal rein. Genau, also was wir hier machen ist, hier holen wir uns von dem Connector das Zertifikat der SMCB-Karte. Dafür müssen wir die Karte freischalten. Also ihr müsst sozusagen, ihr stellt da eine Anfrage hin und die Karte muss freigeschaltet sein. Und wenn sie es nicht ist, dann müsst ihr vorher die Verify-Pin-Methode aufrufen und müsst die PIN eingeben von der SMCB-Karte. Das ist auch im Code mit drin. Das könnt ihr mal nachgucken. Das ist im JSON Web Signature External Authenticate steht das drin. Genau, dann hier sozusagen, hier gibt es einfach die Card Handles. Also hier wird geguckt, welche Karten sind alles da. Wir wollen die SMCB-Karten haben. Und dann holen wir uns hier, holen wir uns das Zertifikat von der ersten SMCB-Karte. Und hier wird sich dann der Token geholt. Und das ist jetzt nochmal die interessante Sache, wie das funktioniert. In der PKI-Identity, da ist das Zertifikat der SMCB-Karte mit drin. Das ist ein X509-Zertifikat. Gehe ich jetzt nicht näher darauf ein. Und hier passiert die Magic. Und zwar in diesem Login wird hier vor allem, das ist eine Signing-Methode, also diese Methode wird zum Signing übergeben. Und hier passieren die verschiedenen Sachen. Also erstmal holen wir uns den Authorization, also wir machen diesen Authorization Request. Und den können wir uns jetzt hier unten angucken. Dann müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, Slash Auth steht da am Ende. So, wo ist er? Wo ist er? Genau, das hier ist das Discovery-Dokument. Das habe ich euch gerade im Browser gezeigt. Und wenn wir jetzt weiter runtergehen, dann genau, da sind Zertifikate. Dann hier ist die, hier holen wir uns, mal kurz gucken, was ist das hier? Get Cards. Genau, hier holen wir uns einmal die Karten ab von dem Connector und fragen, hey Connector, welche SMCB-Karten sind da alles drin? Und dann nehmen wir die erste SMCB-Karte und dann sagen wir, hey Connector, wir wollen von dieser SMCB-Karte, wollen wir das Zertifikat haben. Und hier ist es. Genau, also das hier ist ein X109-Zertifikat. Ihr seht, wir sind das Vincent Krankenhaus Test Only. Also das ist das, der kann man nehmen von unserer SMCB-Karte. Und mit dem können wir jetzt weiterarbeiten. Und jetzt, hier geht es jetzt mit der Authors weiter, also Performing Authorization with Remote-URL. Also diese Meldung hier ist hier im Code. So, jetzt geht es weiter. Da gibt es jetzt ein bisschen TLS-Kram und was man so alles macht, was man für TLS braucht. Und hier wird wirklich der Request ausgeführt. Und das ist halt auch das, was ein bisschen schwierig ist. Also Scope ist OpenID. Response type ist Code. Redirectory ist Connector Authenticated. Das ist auch wichtig. Das steht auch teilweise mit drin. Dann State. Das ist ein, ich glaube, das ist etwas, was wir generieren. Und was wir nochmal machen ist, wir verwenden noch ein paar PKCE Verifier heißt es. Ich meine, das ist kein Zwang. Aber bei uns war das mit drin im Code und wir haben das ausprobiert und wir haben das einfach zum Laufen gebracht. Also wenn ihr unseren Code seht, unser Code ist noch ein bisschen sicherer als das, was da eigentlich gefordert ist. Hier ist auch nochmal ein bisschen mehr Kram drin. Und hier hinten ist die Code Challenge, die wir zum Server schicken. Und die kriegen wir dann, meine ich auch, auch wieder zurück und müssen designieren. Also mal kurz gucken, was wir dann da so zurückbekommen. Genau, das machen wir als Get. Und dann müssten wir da, genau, hier ist das, das ist das, was wir zurückbekommen. id.35.demo.youberge.com. Das ist interessant, dass wir eigentlich mit impfnachweis.info reden und dann auf einmal bei id.35.demo.youberge.com landen. Ist aber für uns jetzt auch nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist dieser Session Code und die Session ID und die Execution. Und weil was wir da machen ist, davon nehmen wir uns einen Teil und den signieren wir wieder. Und das ist nicht ganz trivial, dieses Signieren. Ich zeige euch kurz, wo das passiert. Und zwar genau hier bauen wir die URL auf, dann kriegen wir hier eine URL zurück. Und was wir jetzt machen ist, hier benutzen wir dieses JSON Web Signature with External Authenticate und wir holen uns von dieser Authorization Response, holen wir uns die Challenge, holen uns die Bytes und die signieren wir. Und das signieren, das ist ein bisschen Magic. Also was wir hier machen müssen ist, wir müssen diese Challenge, die müssen wir mit SHA-256 die Checksumme bilden und die Checksumme wird dann mit External Authenticate signiert. Also hier das Signature Scheme ist RSA-PSS. Fragt mich nicht genau, was das ist. Also das ist irgendein cooler Algorithmus, um Signaturen zu bilden. Und hier, das ist der Call, den man dann an den Connector schickt. Und hier sind die ganzen verschiedenen Sachen drin, um das dann zu signieren. Das werdet ihr auch gleich in blau unten sehen. Also gleich ist es hier, genau hier ist es. Hier ist der Auth Signature Service und hier ist es so, dass dieses Ding hier, das ist die Anfrage zum Signieren. Das ist die SHA-256 Checksumme von der Challenge, die vom Server vom IDP kam. So, Auth Signature. Service. Der Connector sagt uns jetzt, ja, signieren wir dir hier. Hier ist die Signatur. Also das hier ist die Signatur und die Signatur wird dann hier zurückgegeben und diese Signatur wird dann in einem bestimmten Header plus dem Zertifikat wieder an den Server geschickt. So, dann gehen wir weiter runter, 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 runter. Genau. Das machen wir jetzt hier. Und zwar, hier ist die SignChallenge. Da ist es. Also dieses Ding hier unten, das hier, das wird hier übergeben und das Zertifikat, ja, wer weiß es noch, ja, ich zeige es euch. Und zwar, das Zertifikat wurde hier ganz am Anfang geholt. Und zwar, gucken wir mal, wo ist es? Read Certificate, genau. Hier ist es. Da ist das Zertifikat. Da. Also dieses hier, dieser String, der wird hier in XOR Certificate reingepackt und dann wird die Response versendet und dann bei der Response wird die Location verwendet, die beim ersten Request angekommen ist. Wird noch ein bisschen was rangehangen und jetzt, jetzt mal kurz gucken, wo ist die Response? Ach genau, also das ist schon die Response und hier aus dieser Response, jetzt gucken wir kurz, wo die dann gekommen ist, genau, Outgoing, passt alles, passt, 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 was, was, was. Genau, hier haben wir Authenticate, das ist die Location, genau. Also dieses hier, das Ding hier, das müsste dann in der URL drin sein. nee, nee, genau, das ist weiter, Entschuldigung, das müsste mit Connector anfangen. Genau, nochmal zurück. Hier müsste eine Location mit Connector irgendwas, also mit dem Connector-Protokoll anfangen, genau, hier machen wir ein Get. Genau, hier ist genau dieser Request hier oben. Also dieser Request, das ist das hier. Das hier ist das Get und hier ist der X-Auth-Certificate-Header und unten drunter ist dann der X-Auth-Sign-Challenge-Header, genau, hier ist der Header und dann gibt es was zurück, wo eine Location drinsteht. Hier müsste irgendwo eine Location drinstehen. Location, wo ist sie? 302, genau, und hier ist die Location, hier ist die Location, da ist sie. Genau, also dieses, was ich hier jetzt markiert habe, das ist in der, also das ist hier nachher in der URL drin, ja, wobei wir Connector durch HTTP ersetzen, weil wir es ansonsten nicht parsen können, ansonsten gibt es eine malformt URL-Exception und dann nehmen wir das auseinander und dann interessiert uns der Code und die Session und was wir dann mit dem Code und der Session machen, die tauschen wir dann gegen den Token ein. Also hier gibt es ein Grant-Type-Authorization-Code und so weiter und das ist auch dann das, was man hier dann unten sieht. Also hier kann man dann Grant-Type-Authorization müsste dann irgendwo kommen, genau, hier ist es, hier und da kriegen wir dann unseren schönen Token zurück. Da ist er. So, das ist das, wie der IDP-Token funktioniert. Jetzt kann ich euch kurz nochmal zeigen und zwar, wir haben ja hier ein schönes Formular. Ich zeige euch mal kurz, wo das Formular ist. Ihr könnt mit Steuerung P hier einfach zu einer Datei hinspringen und dann gucken wir uns die an. Hier ist unser ganzes Formular und unser Formular ist relativ simpel. Wir haben einfach ein ganz normales HTML-Formular, also nicht irgendwie React oder Angular oder sowas, sondern richtig plain old HTML, so wie das damals unsere Eltern gemacht haben in den Ende der 90er Jahre und was hier gemacht wird, ist, man hat oben einen Knopf, sein Recipe, Zertifikat erstellen und was dann passiert ist, dann gibt es hier ein JavaScript, Main.js hier und da müsste es unten, müsste es ein JSON, genau, hier ist es, SendVacinationRequest, also es wird sich das Formular geholt, dann wird das ein JSON zusammengebaut und das wird an den Server gesandt und damit wird das dann verpackt. Also ich kann euch das kurz zeigen und zwar wenn wir hier in die Inspect reingucken, dann gehen wir hier auf Network und jetzt, genau hier mache ich noch den Filter raus und wenn ich jetzt auf Zertifikat erstellen drücke, dann sehe ich hier die API, der Server läuft jetzt gerade nicht, aber das ist für unsere Zwecke, müsste das egal sein, weil uns interessiert diese Payload und hier sieht man die Payload und was wir machen ist, dass das, was an unseren Server geht, ist vom Schema her genau das gleiche, was auch der richtige Server verlangen würde. Schemas findet ihr bei EHN, genau, jetzt mal kurz überlegen und zwar, das ist EHNDGC, genau, hier sitzt ihr und hier sind auch die Schema, also wenn ihr hier reinguckt, dann habt ihr hier oben die Schema, da gibt es Combined Schema und hier sind die alle drin und was ich euch, also was ich typischerweise mache, ist, um dieses Schema zu testen, das kann ich euch mal kurz zeigen, ich nehme dieses ganze Ding, so, hier ist es und dann gehe ich zu Google und zu Google Schema Validator und dann machen wir noch JSON davor und dann online, so, und was ich dann mache ist, nee, JSON, genau, der hier, da kann ich auf der einen, ach, jetzt ist es sogar schon vorausgefüllt, also auf der einen Seite habe ich hier dieses schöne Schema, auf der anderen Seite habe ich das, was ich prüfen möchte, also im konkreten Fall, wenn ich hier nochmal zurückgehe und wirklich das aus meinem, hier das hier nochmal rauskopiere, also nochmal View Source, dann nehmen wir den, also wirklich den, der unser Server sendet und dann paste ich den hier rein und dann kann ich den nochmal formatieren und dann seht ihr, dass das Schema jetzt nicht stimmt, wir fügen noch ein bisschen was auf den Server hinzu, also zum Beispiel dieses CO, IS und CI, fügen wir hinzu, dann, wir füllen auch nochmal diesen FNT aus, FNC ist ein normalisierter Name, wo den Sonderzeichen Üs, Es, Es mit Akzenten und ähnliches entfährt werden und nochmal ein paar andere Sachen, aber was wir dann senden, funktioniert, also das passt, jetzt zeige ich euch nochmal kurz, was auf dem Server passiert und zwar auf dem Server haben wir einen Digital Green Certificate Resource, das heißt also, was dort geschickt wird, da gibt es zwei Möglichkeiten, einmal kann man es wirklich als JSON-Objekt lesen, das wäre dies hier oder man kann auch eine URL eingeben mit den ganzen Parametern, zeige ich euch auch nochmal kurz, da gibt es gerade noch einen kleinen Bug, deshalb zeige ich euch das mal nur beispielhaft und zwar kurz über Localhost wenn ich hier auf jetzt muss ich kurz überlegen und zwar ich meine API ach genau, da unten war, nee, da war sie nicht, ich zeige euch kurz mal einfach das GitHub Issue und zwar, wenn man hier reingeht auf Issues gibt es hier den hier oben und dann gibt es hier diese URL, so sieht die potenziell aus und die werden wir anbieten, also da sind wir gerade abfixen, genau, aber so sieht es dann hier oben aus und dann würde sofort das PDF zurückkommen, also der ganze IDP Dance, das wird alles gemacht und es gibt sofort das PDF zurück oder eine Fehlermeldung, das könnte natürlich auch passieren. Genau, validiert haben wir, ich wollte euch noch den Server zeigen und zwar, es gibt hier das Issue, das sind die einzelnen Parameter, hier kommt es mit dem JSON rein und was wir jetzt machen können, hier wird das PDF, hier ist es schon erzeugt und die Magic passiert in dem Digital Green Certificate Service, genau, wenn ich Steuerung drücke, kann ich da mal direkt hinspringen, hier ist er und hier ist Issue PDF und hier passiert die Magic, also ich habe hier den Aufruf an den eigentlichen Server und das kann ich euch jetzt nochmal zeigen, weil wir können hier auch volles Logging aktivieren, das mache ich jetzt auch mal und zwar, wenn ich auf Application Broke Properties gehe, dann kann ich hier oben die beiden Sachen einkommentieren und dann starten wir das ganze Ding nochmal und dann lassen wir es nochmal laufen und zwar MBN Quarkus Dev, das ist auch mit Hot Reload, also wenn ihr Quarkus in Dev-Modus laufen lasst und das, was ich gerade gemacht habe, wenn ihr speichert, dann würde der automatisch sofort die Application Properties nochmal laden und damit könnt ihr sowas auch on the fly ändern und wenn ich jetzt hier nochmal hingehe, hier und jetzt einfach hier nochmal drauf drücke, dann könnte es funktionieren, hat es jetzt nicht, aber wir gucken jetzt gleich, wir haben ja volles Logging aktiviert, dann sehen wir woran es liegt und zwar, wenn wir jetzt hier hingehen, hier haben wir volles Logging und zwar, was jetzt passiert ist, aus irgendeinem Grund hat die Namensauflösung nicht mehr funktioniert, ja das kann ich jetzt nochmal kurz zeigen und zwar der Fix hierfür wäre zum Beispiel folgender, das ist häufiger vorgekommen, also, jetzt zeige ich euch nochmal kurz und zwar NS-Lookup Paste so hier, ja genau, also aus irgendeinem Grund funktioniert die Namensauflösung nicht, aber was wir machen können ist, wir können potenziell einfach in unsere Host-Datei reingehen und da können wir die entsprechende Namensauflösung reinschreiben, dann machen wir nochmal kurz, so, du, jetzt wollen wir uns jetzt nochmal die App hier, das ist online und zwar NS-Lookup online, ich habe keine Ahnung, warum der NS-Lookup da manchmal nicht funktioniert, so, hier und jetzt, A-Records, genau, hier ist er, der müsste da eigentlich kommen und jetzt können wir den hier kurz nochmal eintragen und dann müsste es auch wieder gehen. Paste und dann hier nochmal, so, und jetzt brauchen wir den hier nochmal. Paste So, jetzt gucken wir hier wieder, ob NS-Lookup wieder geht. Top, IP haben wir wieder, hier geht es noch nicht und jetzt gucken wir mal, ob das alles in Echtzeit geht, ansonsten müssen wir nochmal neu starten. Einmal zurück, einmal Zertifikat erstellen. So, jetzt können wir auch gucken, also hier müsste ich jetzt auch volles Logging anzeigen. Genau, hier läuft wieder gerade der Dance und dann hat es auch funktioniert. So, genau. Bei dem Logging, weiß ich gerade, ach genau, ich habe vergessen, das Hauptlogging auf Feind zu setzen, das mache ich nochmal kurz und dann kann ich euch gleich das Hot Reload zeigen und zwar hier, den weg, den an, speichern und jetzt seht ihr gleich, dass hier ein Hot Reload kommt. Also, wenn ich hier jetzt gleich nochmal, so, zurück und dann Zertifikat erstellen, jetzt gibt es hier Hot Reload. Also, der hat jetzt zuerst neu geladen, hier oben steht es. Also, hier hat er gesagt, irgendwo Application Properties hat sich verändert. Irgendwo steht es hier, im Video könntest du dann suchen. Genau, File Change detected hier und dann hat er die Anwender neu gestartet, also 0,08 Sekunden hat er da zum Herunterfahren gebraucht, 0,862 hat er zum Hochfahren gebraucht, und hier seht ihr dann sozusagen, wie wir mit dem richtigen API reden und was dahin geht und was wieder zurück geht. Und dann kommt das hier wieder raus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.